Startelf Prediction zur Europameisterschaft. Wir sind in der Gruppe E, wir sind bei Belgien und mit Diago 90 bekommt ihr den EM-Überblick. Vamos! Belgien befindet sich mitten im Umbruch und stattet mit einer Menge Drama in die Euro. Mittendrin der deutsche Trainer Domenico Tedesco. Diese goldene belgische Generation verabschiedet sich peu a peu. Ein Company, ein Hazard sind längst nicht mehr dabei und für Lukaku oder De Bruyne ist es das womöglich letzte Turnier. Welttorhüter Thibaut Courtois ist auch Teil dieser goldenen Generation, wird allerdings nicht mit dabei sein und das hat mehrere Gründe. Es gab immer wieder interne Querelen, zuletzt bei der Kapitänsfrage vor einem Jahr. Da wurde Courtois von Tedesco übergangen. Das gab dann schon den ersten Zoff, dann hat sich Courtois verletzt, war jetzt beim Champions League Finale dabei, hat sich nochmal die Krone mit Real Madrid aufgesetzt. Nominiert für die Nationalmannschaft wird er trotzdem nicht. Tedesco bleibt konsequent und ich finde das stark. Nicht nur seine Konsequenz ist stark, auch die Leistungen können sich sehen lassen. Und diese Laufbahn, diese Karriere von Domenico Tedesco, die ist schon beeindruckend. Wenn wir überlegen, Erzgebirge Aue war da mal dabei, dann Schalke und Leipzig, zwischendrin mal Russland eine Station. Jetzt bei der belgischen Nationalmannschaft und der hat da eine Menge Erfolg. 2023 komplett ungeschlagen geblieben. Die AC Mailand hatte zuletzt Interesse an ihm, ihn hat das kalt gelassen, Vertrag als Nationaltrainer verlängert. Im Tor hat sich Tedesco ohne Thibaut Courtois auf den Wolfsburger Kuhn Castells festgelegt. Sein Ersatz ist Mats Sales aus der Premier League. Wenn es um die Abwehrkette geht, ist Tedesco grundsätzlich ein Fan von drei respektive fünf Spielern. Hier hat er sich aber auf die Viererkette festgelegt. Jan Fatongen, einer der letzten Verbliebenen aus der goldenen Generation. Neben ihm wird wohl Bornau das Nachsehen haben. Stattdessen startet Wout Faes. Die Außenverteidiger bei einer Viererkette wären links wohl Arthur Theat. Ein gelernter Innenverteidiger, der aber eben auch Außen spielen kann, von Startrennen, bringt vor allen Dingen defensive Stabilität. Als Rechtsverteidiger fest eingeplant und unumstritten Timothy Castagne vom FC Fulham, 28 Jahre alt, offensiv stark. Bei einer Dreier respektive Fünferkette könnte Theat in die Innenverteidigung rutschen und stattdessen Carrasco, auch noch Teil dieser goldenen Generation, dann auf der linken Schiene spielen. Lass Diago 90 mal ein Abo da, um bestens informiert durch die EM zu gehen. Das belgische Mittelfeld wird angeführt vom nächsten Verbliebenen aus der goldenen Generation, Kevin De Bruyne. Nach Verletzung zurück, längst nicht mehr so spritzig wie in seiner Prime, dafür wahrscheinlich erfahrener, abgezockter denn je. Und für Tedescos vertikales Spiel im Ballbesitz definitiv immer noch der Fixpunkt. Und KDB bekommt voraussichtlich zwei Abräumer, die ihm den Rücken frei halten. Zum einen Amadou Onana vom FC Everton, der ist ein absolutes athletisches Biest, kann sich auch mal mit nach vorne einschalten. Top-Teams, unter anderem dem FC Bayern, wurde schon Interesse nachgesagt. Neben ihm Aurel Mangala von Olympique Lyon, heißt Juri Thielemanns von Aston Villa, hat dort auch eine starke Kampagne hinter sich, wird zunächst mal nur Herausforderer sein. Tedesco forciert gerne das Flügelspiel, überlädt eine Seite, deshalb ist der erste Kontakt und der Antritt für einen Flügelspieler unfassbar wichtig. Und da gibt es eben kein Eden Hazard mehr. Das nächste Darling auf dieser Position in Belgien, steht schon in den Startlöchern, ist eigentlich schon längst raus, ist schneller als alles, was sonst bei der EM auf dem Platz steht. Und Jeremy Doku von Premier League Sieger, Manchester City, Halbmensch, Halbrakete, er kann ein Unterschiedsspieler sein. Auf der anderen Seite streiten sich PSVs Bakayoko und Arsenals Trossard um den zweiten Flügelplatz. Ich gehe hier für Joan Bakayoko, der übrigens auch vom BVB und vom FC Bayern umworben werden soll, weil er sich auf rechts ein bisschen wohler fühlt, häufiger diese besonderen Momente auch allein kreieren kann. Und Trossard beim FC Arsenal schon bewiesen hat, dass er auch von der Bank kommt, für eine Menge Energie sorgen kann. Wenn es um den Sturm geht, kann bei dieser Euro eigentlich nur England mithalten. Da ist nämlich der letzte Verbliebene aus der goldenen Generation, Romelu Lukaku. Hat eine gute, sagen wir mal solide Saison für seine Verhältnisse in der Serie A hinter sich bei der AS Rom, bei der belgischen Nationalmannschaft. Ist er Rekordtorschütze, ist er Kapitän, ist er Zielspieler, da führt kein Weg bei ihm vorbei, obwohl er einen verdammt starken Backup hinter sich hat. Das ist nämlich Lois Openda, der aus einer klasse Bundesliga-Saison mit RB Leipzig kommt und im Zweifel auch mal neben Lukaku auflaufen kann. Jetzt seid ihr dran. Uns interessiert, wie eure Startelf für Belgien aussehen würde? Schreibt es mal hier in die Kommentare. Insgesamt ist es bei Belgien eher andersrum wie bei vielen anderen Top-Teams. Denn die Abwehr, die macht Sorgen, die Defensive, da fehlt es an internationaler Klasse. Dafür, im Gegensatz zu vielen Konkurrenten, geht es ab dem Mittelfeld, dann steil bergauf. Da wird es Premium, inklusive dieser goldenen Generationsachse. Kevin de Bruyne im Mittelfeld, davor als Speerspitze Romelu Lukaku. Das ist eingespielt, das kann funktionieren und auch die Gruppe, die ist machbar. Rumäniens, Slowakei und die Ukraine, das klingt unangenehm, ist aber, zumindest auf dem Papier, die einfachste. Dazu kommt eine Menge Talent mit Breakout-Potenzial. Onana, schon erwähnt, ein Vermehren von Atletico Madrid für das zentrale Mittelfeld. Ein De Kette-Lare, frischgebackener Europa-League-Sieger und eben Lois Openda. Das ist schon Wahnsinn. Wenn Belgien stabil bleibt, ist sogar das Finale drin. Ich denke, klassisch für die Roten Teufel, im Viertelfinale wird Schluss sein. Wenn euch diese Start-Off-Prediction gefallen hat, liked das Video, lasst ein Abo da für besten EM-Content. Vamos!